Ab. Was? Oha. Einfach mal angenommen. Was machst du hier oben? Hier oben musst du Leute überzeugen. Genau. Aber ich schau grad, ich bin wie alle überzeugt, aber jetzt find ich keinen mehr, den ich jetzt noch überzeugen kann. Einen muss ich noch überzeugen. Laut Quest. Wo ist dieser Mann? Hab ich, hab ich gemacht. Ah ok, cool. Hast du für dich auch gezählt? Ja, ne? Ähm, ja. Also ich seh es jetzt nicht mehr auf jeden Fall. Besegnete Riskreaktionen im Silberwald. Ah, wir können hier auch so einen Haken dran machen. Was? Ah. Karte teilen. Oder geht das? Naja, das ist, ich, ich hab... Ah ne, ok, ja, ok. Nimm's zurück. Es tut mir leid, es tut mir leid, ich hör mich nicht so an. Zurück überhaupt nicht das Gegenteil, shit. Was ist denn das da unten? Sperre das Licht. Möchte ihn benutzen. Werfe den Sperre das Licht auf Flammenmauls Phantom. Bist du verregt? Ah, da sind diese Viecher die man killen muss. Da unten, siehst du die? Da, flammende Glut. Ach, da sind die im Wasser, ok. Die Kot-Semmeln. Schau nochmal. Ja. Eins von acht, das auch, das bekommen. Ähm. Warte, ich schaue, ich schaue. Ich kann grad nichts sehen, mein Questlog ist komplett überfüllt. Zwei von acht, ich hab deinen Kill bekommen. Ah, ok, cool. Äh, so lässt sich questen halt, also das auf jeden Fall. Im Single-Player werden wir erheblich langsamer, denke ich auf jeden Fall. Aber hier ist grad richtig gut drin, Alter. Wir sind grad in so einem richtigen Tunnel hier beim questen. Perfekt. Hier ist so ein Drache hockt hier. Ist vielleicht gar nicht so cool, den anzugreifen, aber ich mach's einfach mal. Was für ein Level? Hier auf dieser kleinen Insel hockt so ein... Der was für ein Level hat, ja? Äh, ich kann den nicht anklicken. Achso, ich dachte du hast ihn jetzt wirklich angegriffen. Ich bin ja nicht verrückt. Da haben wir irgendeinen Stoff dabei. Ich glaub, das ist auch nicht übel. Kann man bestimmt ein Auktionshaus verkaufen, wenn es hier überhaupt ein Auktionshaus gibt. Flammenmaulglut. Okay, 6 von 8 noch. Zwei Flammenbestien. Komisch, dass sie sich gerne im Wasser aufhalten. Das ist schon stark ungewöhnlich. Flammenbestien im Wasser. Man ist ja grad auf die... Ah ne, ich mach's lieber nicht. Lieber nicht. Muss gleich mal zu mir kommen. Man kann hier auf diesen Dödel was schmeißen und dann wird der Drache anscheinend... Also da passiert irgendwas. Hier werfe den spätes Licht auf den Flammenmauls Phantom. Ist abgeschlossen. Guck mal, siehst du hier Flammenmauls Phantom stehen. Moment, ich hatte hier irgendwie noch einen zweiten angepimmelt. Moment. Ich schieß drauf. Boom. Okay, noch kurz diesen Serestoff aufheben. Hat der auch noch was dabei? Ne, okay. Direkt hier. Ich schmeiß jetzt mal den Speer drauf. Den Speer. Mich auch. Ding. Werfen. Ja, ja, ja. In der. Okay. Besiegt Riss-Kreaturen im Silberwald. Zehn Riss-Kreaturen musste ich in irgendeinem Silberwald noch töten. Wo ist der, Silberwald? Hier ist auch irgendwas. Ist das? Okay, legen wir erstmal das. Relikt von Dronik Bergen. Ah, das waren diese Zusatzquest, die wir da vorhin angenommen haben. Müssen wir da einen Gegenstand verwenden? Ne. Okay. Also ich bin einfach drangegangen. Ah, jetzt, okay. Relikt von Tralala. Das ist in der Hand. Batsch. Also momentan haben wir richtig fett Schaden, ne? Also ich... Ja gut, am Anfang wird es normal sein. Ich denke mal, im höheren Levelbereich wird man dann vielleicht schon eher mal ab und an mal Schwierigkeiten haben. Ja. Naja, also ich... Ich denke das, äh... Es... Läuft. Okay. Kommen wir mal da hoch. Können wir die Quirsch abgeben. Jetzt konnte ich noch gar nichts, äh, äh, äh... Kirschnern. Wie das hier... Die Viecher... Ich hab jetzt gar nicht drauf geachtet, auf die Gesteine, aber ich glaub... Ich muss das aufspüren, warte mal. Ich versuch das mal ganz schnell. Äh, Erze aufspüren. Ah, das ist einfach ein Buff. Dann seh ich. Zeigt die Orte aller Erzquelle an. Wahrscheinlich auf der Karte oder so. Hey. Okay, wenn wir die ganzen Quests abgeschlossen haben, werde ich mal danach schauen. Alter, ich komm doch jetzt gar nicht mehr hoch. Was ist hier los? Ah doch, jetzt. Perfekt. Die Götter bestimmen unser Schicksal. Ich hab... Meine Hose ist voll. Äh... Ebenenköder. Neue Fähigkeit. Was macht das? Spalt verwenden um die Durchbinde. Okay. Mach ich mir einfach da rein. Wir werden die Quest annehmen. Ein Wächter namens Rudi Tanlop. Ist tief im Silberwald. In Schwierigkeiten geraten. In Silberwald müssen wir gehen. Tritt ist grad gut. Geraten und Kevin, bittet euch um eure Hilfe. Ja, dem helfen wir doch, oder? Sind wir schon der Mensch, da. Rudi Karel, mach mal gern. Mach mal gern. Mach mal gern. Aber wie geht denn das jetzt da? Mal einfach durchlaufen. Ja. Ja. Ich glaub hier kann man die Quest noch abgeben, die eine. Vielleicht hat er direkt eine neue. Hallo. Oh, ich bin Rudi Karel. Wir werden obsiegen. Wir werden obsiegen. Wir werden obsiegen. Ne, okay. Hat keine neue Fähigkeit. Laufen wir nach hinten zum, äh, aus den Händen des Bösen. Genau. Das war bei mir die nächste Markierung. Ich hoffe ich kann auf diesen Baumsturm springen. Ja. Okay. Oh, yeah. Da, 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 da. Oh, hier. Wir rennen schon vorbei. Oh. Oh, ich sehe es gerade. Ah, das ist schon wieder so eine Relikt auf jeden Fall. Wir werden es bergen. Verdammt. Ich kann es nicht mehr bergen. Haben wir jetzt. Ich kann bergen. So, ich glaube noch eine Relikt. Haben wir zu bergen. Schau dir diesen Humangolus an. So. Oh nein, er greift an. Oh nein, er geht nicht da. Wenn ihr mal hochhörig, ich glaube es ist oben. Ich denke es ist oben. Batsch. Verursacht eine- ah, das ist schon geil. Das muss ich nach ganz vorne machen. Die Negrose. Verursacht einen super starken Schaden. Denkst du halt, du musst es ganz nach oben machen. Das geht gut in die Hose. Hier ist noch eine Quest. Eine Stein-Quest. Bringt die wieder beschaffenden Notizen zu blablabla. Wir müssen Notizen irgendwo hinbringen. Geil. Davon habe ich schon immer geträumt, Notizen irgendwo hinzubringen. Ah, hier. Hier ist das letzte Relikt. Barald. Wir sind wie in so einem Mini-Tempel drin. Also, bin ich irgendwie über... Bist du auch hier oben? Ja, du bist auch hier oben. Ja, ich bin hier oben auf dieser Plattform. Warte, erst du wärst unter mir. Irgendwo in Perth. Geil. Geiler Wald. Gefällt mir. Schöne Optik hier. Ich muss auch noch kurz das Relikt hier mir schnabulieren. Ah, zack. Ja, denn. Okay. Also, ich glaube, die nächste Markierung sollte... Sprech mit Rudi Tannlob. Genau, da ist nämlich dieser Wald. Ah, guck mal, hier sind die ersten Viecher, die du vielleicht ausnehmen kannst, oder? Mit deinem Beruf. Kannst du dir das Fell abnehmen. Ich kille mal den Wolf. Genau. Muss ich das machen, während das Viech noch lebt? Wahrscheinlich nicht. Ich hoffe so, Martin. Ja. Ich glaube, es muss tot sein, aber ich kann es nicht hundertprozentig sagen. Naja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich muss es tot sein. So. Jetzt musst du sie irgendwie aufschlutzen, oder so. Ja, ich gucke, ich gucke gerade. Ja. Ich schlachte es. Geil. Oh yeah. Gebrochene Rippen. Oh, geil. Wir müssen auf jeden Fall noch uns eine Gilde öffnen, weil ich glaube, da gibt es eine Gildentruhe, oder so was, wo man Sachen, wo man jetzt nicht jeden Tag braucht, oder so, zum Beispiel irgendwelche Kram, den du für deinen Beruf sammelst, Stoffe und so, den du jetzt nicht jeden Tag mit dir rumführen musst, kann man dann in diese Truhe reinmachen. Ah, das heißt, guter. Wir müssen aber doch so eine Hauptstadt finden. Haben wir bis jetzt noch nicht, ne, sowas wie Ogrimma in WoW, sowas, halt hier, so eine richtig fette Hauptstadt. Das benötige mir. Eier-Membran. Immerhin 730 Silber, nehm ich mit. Eier-Stock-Membran, was? Eier-Stücke. Die gehen gut down, die Viecher. Gude, die sind Gude. Wo die Label 18, ja, hochlevelige Tiere, schnell töten lassen. Macht Spaß. Macht Spaß, ja, bringt Spaß ohne Ende, so Mods, Gaudi. Und ja. Also ich habe ja den Bufferze aufspüren aktiviert, aber ich sehe, ah doch, sind das die Markierungen? Nee, das sind irgendwelche Quests. Nee, das sind Quests, scheiße. Also normalerweise, wenn ich diesen Buff aktiviert habe, sollte man irgendwo Erze sehen. Ich sehe sie aber nicht. Hinten kann man was abgeben und annehmen. Hier sind Wespen oder sowas. Ja, das sind auch anscheinend richtig fette Wespen-Ficker. Wespen-Ficker. Das ist doch ein Wiespuffiger, da. Ich werde sie all den Kampf gegen die Flammfuck. Den, 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 den. Die Flammfuck, das brauchen wir noch nicht. Ach, jetzt kann ich die Wespen auf einmal kirschnen. Weiches Fell, ah. Was, weiches Fell? Ah, schon, ich kann gleich nochmal nachgucken. Ja, weiches Fell, das ist so weich. So eine Wespe hat schon ein weiches Fell. Ich möchte mich an diese Wespe schmiegen. Ich möchte mich an diese Wespe verlieben. Alter, Jamrock, der Schinder, Level 8. Der hat Spikes um sein Bild. Ich glaube, den muss ich angreifen. Du kannst das PvP-Duell, glaube ich, machen oder so. Also hier ist, das ist ein Gegner, ein richtiger... Oh Gott, der kommt auf mich zu. Alter Schwede, ich merke gerade, ich bin gleich tot. Hilfe. Ich habe gar nicht auf mein Life geachtet. Ich muss das mal langsam machen. Fuck, ich schaffe das nicht. Alter, Alter. Hilfe, Hilfe, wo bist du? Komm mal. Hier, ich bin, ich... Oh Gott, du bist jetzt auch weit weg. Was machst du denn da hinten, Dagobert? Okay. Du kannst dich doch heilen. Kannst du nicht irgendwie... Alter, voll die Geräusche. Okay, warte, ich kann so was essen. Tinken. Fertig, hast du es geschafft? Ich habe Wasser getrunken. Ah, ich sehe es gerade. Du hast einen Elite-Mob angegriffen. Ja, die Profis greifen auch gerne mal. Wo ist denn der Elite-Mob? Ich habe die Akko. Hoffentlich. Nee, ich habe sie immer noch nicht. Okay, ist weg. Hast du eine Quest? Wo ist er? Ach, der ist da hinten. Okay, da war es gar nicht mal so verkehrt, dass du ihn angegriffen hast. Ja, ich dachte mir, komm, den greife ich an. Guck mal, hier können wir was abgeben. Hier beim Rudi. Mensch Rudi, du bist ja, Mensch. Rudi, sag doch mal, jetzt sag doch mal ganz ehrlich. Wie sind das mit deiner Frau, hä? Rudi, ja, ich sag doch mal, ich sag doch mal, gut. Die ist nicht vorhanden. Und gleich eine neue Quest. 1400 Fischer B und mittlerweile zwei Gold für die Quest. Geige, geil. Rudi, dann möchte, dass ihr verbrannte Nestwände von Vespidenestern in den Silberhünen sammelt. Drei Stück. Das ist doch allee, das ist doch allee. Es gibt Bogen. Kann ich auch Schusswaffe oder Bogen verwenden? Geil, wäre das geil. Schusswaffe. Schusswaffe. Schießt, ne? Oder besser wie Ghost, wäsch. Die hat auch noch eine Quest. Und die Counter-Strike-Same. Sollen wir hier die zwei Quests auch gleich annehmen? Ja. Ich habe alle angenommen und gar nicht mehr vorgelesen. Okay. Wahrscheinlich haben die Leute eh kommentiert, dass sie die Quest nicht wollen. Und deswegen lesen wir jetzt nicht mehr vor. Weil wir auch ein bisschen beleidigt sind, weil ihr sie nicht mehr wollt. Ja, auch schon schön. Wir haben die Sechse so schön vorgelesen. Dann wollt ihr sie nicht. Wo ist ein... Ah. Hier so ein Schwarm. Ja, ja. Guck dir mal diese Popolöcher an, wie sie mich angreifen. Das ist ja wohl... Das ist ja wohl eine ganz lächerliche Aktion hier. Ah, hier sind die verbrannten Pimmelwände. Guck mal. Ich dachte, der greift mich an. Ah, tu da auf. Oder auch nicht. Ich bin gefistet. Da hinten ist irgendwas. Genau, da rennen wir mal... Oh, guck mal da. Brennende Penner. Blammknecht. Hilfe, was macht denn der? Der macht doch Feuer, der sehe ich doch richtig direkt. Aber du willst jetzt hoffentlich keine Feuerattack drauf, Kanalle. Mein lieber. Tja. Das ist das. Ah, die Wespe greift mich an. Hilfe. Komm schon. Komm, noch ein Feuerball drauf. Boom. Genau. Ich kann alles mit Feuer lösen. Ah. Ich muss diese Wespenschwarm hier kurz kaputt machen. Komm schon. Komm, ich kirche nachher die Viecher zu Tode erst mal. Komm, ich kichere mich erst mal zu Tode. Ich will Kichererbsen essen. Aber die zum Kickererbses. Oh Gott. Ich glaube, ich schaff's nicht. Moment. I can help you. I can help you. Ah, okay. Danke. Heilige Scheiße war das klar. Süßer Blütenstaub. Verbrannte Nestwinde. Süßer Blütenstaub. Das muss eine Menge Arschewert sein auf dem Schwarzmarkt hier im Rift. Ich mache ja Schmulzwerge, Frühstück. Guck mal, hier sind zwei Wölfe, die gegeneinander kämpfen. Schwul und so. Alter, hier rennt einer auf einer riesigen Grabe. Wie geil. Was? Als Mount oder was? Ja, guck mal, guck mal. Siehst du, dass der ist bei dir in der Nähe. Ah, jetzt ist er abgestiegen. So eine Sackhabe. Auf, was ist da geritten? Auf einer Krabbe? Ja, auf so einer riesigen Grabe. Ah, ich seh's gerade, ich seh's gerade. Wie geil. Das sieht echt übel aus. Das will ich auch. So will ich auch sein, wenn ich groß bin. Ich will auch mal so ein großer Spieler sein wie er. Süßer Blütenstaub. Ich werde meinen Kindern erzählen über diesen ruhmreichen Tag, als ich ein großer Spieler geworden bin. Als ich einen großen Spieler gesehen habe. Ich bin zwar nie einer geworden, aber ich habe ihn zumindest gesehen. Ich habe ihn kurz angefasst. Was denn das für eine Klasse? Da fliegt so ein Schmetterling, so eine Fee hinterher. Wie schwule ist denn das? Bestimmt, Ultraschwule und so. Kwestern angenommen. Okay, ich habe die Kwestern genommen. Zwe von drei, wir müssen noch so eine Wespe töten. Also ich zumindest. Ich muss immer noch 0 von 3, Wespe, ein Schwarm, Mannach. Ah, hier ist so ein Viech. So, du Schwarm, Mannache. Ich meine, ein Blitzschlag wirst du sterben. Batsch. Ah, das ist auch gerade so ein Viech gekillt. Ja. Zeichnen der Unvermeidlichkeit. Bis zu acht Gegenden in der Nähe. Boah, geil. Ich habe mein erstes Aoe. Fett. Oh, yeah. Ich muss nur kurz mal zünden, wie das aussieht. Ich muss nur kurz mal zünden, wie das aussieht.